Hierbei wird mit einem mechanischen Schneideinstrument, dem Mikrokeratom oder einem Femtosekundenlasersystem ein sogenannter Flap geschnitten. Dabei handelt es sich um ein Hornhautscheibchen. Der erzeugte Flap wird zurückgeklappt. Damit ist die Abtragsfläche in der Hornhaut freigelegt. Danach modelliert der Eximerlaser innerhalb weniger Sekunden eine exakt berechnete Krümmung in das Hornhautgewebe, um die vorhandene Fehlsichtigkeit zu korrigieren. Im Anschluss wird der Flap wie ein körpereigenes Pflaster zum Schutz des Auges zurückgeklappt. Dort haftet er dauerhaft an.